damit willkommen zur zweiten folge von jurassic world revelation mit mir dem kiosk so vorige folge hat mehr das aber ja in der ersten folge haben wir noch nicht viel geschafft haben erst mal unsere fireplace geschafft und beschlossen hier nicht so viel groß zu zucker formen zumindest von anfang da muss es sagen geht das stückchen kümmern sich mit abenden und da muss ich habe es dort ist doch gut muss ich habe es tun so gut als sie mitnehmen ich dass ich noch mal muss ich versteckt da für ein buch muss brauchen wir haben wir noch mal 9 können wir auf unsere pickaxe machen oder auf die hatchet da ist nichts da haben wir gravel und da haben wir gleich unseren ersten ball of moss k so dass wenn man hier uns die ganze fläche hört gut acht weil die vier fischl gehen wirklich auf den nerven gucken ok fleisch ähm ein bisschen mossy ball of moss gehen wir jetzt in unsere toolstation nehmen wir den geht noch gar nicht weil da noch kein extra mod frei ist gut gut als muss man die erst mal so weit leveln dass man die benutzen können den ball of moss das könnte jetzt sich nur um stunden handeln aber dann ist der ganze baum weg okay ja gut ich habe es mir dann wo ich es getestet habe mit der wooden pickaxe versucht mit der starter pickaxe aber da hat es länger gedauert viel länger ähm so hier dauert sehr lange weil es ein extremst großer baum ist so ich habe jetzt schon wieder keine musik gemacht macht nix müssen wir durch als losch so heute haben wir auf jeden fall genug jetzt bekommen und noch ein apel da können wir uns noch mal satt essen hier ok nom 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 gucken wir mal wie weit wir sind nicht weit nicht mal bei 34% so wie schon gesagt das nehmen wir weg hier so tun wir jetzt schon mal langsam ins hause anfangen ok dann haben wir noch ein bisschen Weizen so da tun wir nicht viel Terraform und nehmen bloß hier oben ein Stück weg so wo schlimm mit den Viechern ok dann ist das Stückchen noch so und ich habe noch ein gutes Stückchen ja ok das wird klar so und das wäre mit dem ball of muss nicht so schnell passiert oh schokoladenkuchen schoko cake nehmen wir gleich zum essen noch einen wunderbar so da können wir uns dann auch einen Eimer machen können wir uns hier irgendwo ein Feld anbauen anfangen blum 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 und dann machen wir uns erstmal einen Eimer und dann machen wir uns erstmal einen Eimer hm muss soweit laufen ähm da hier wurde nichts genervt das ist schön ja die nehmen wir mit die kann raus die kann raus äh botanier kann raus Pilz kann raus so da ist die Kiste auch schon voll ok ok jetzt nehmen wir einen Wasser Eimer zum zack ok jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen er hat den Ring was war denn hier gerade ah ich glaube das war ein Maulwurf oder nö ok der Maulwurf irgend ein Krabbeltier so da müssen wir hier doch noch terraformen bis hier hin zack sup sup und aber noch nen Chart zack ah das gibt solche Früchte ham ein Knochenfragment von dem Skelett alles zu bauen hier geht aber dann ist unser erstes feld wenn ich mich nicht wieder verbauen würde 1,2,3,4 ok hier kommt noch ein gutes Stück so wir hoffen dass sie jetzt nicht kaputt geht das wäre dann fatal sieht aber noch gut aus dass er noch ein Stückchen hält haben wir hier irgendwas haben wir da Clay oder Sand das sieht nach Sand aus schade wir haben ein paar Framer im Bruder mal wieder ok jetzt können wir uns mal die machen dann machen wir uns mal ein paar Tomaten ich möchte Tomaten-Zeit haben Dankeschön dann machen wir hier drüben Weizen und hier drüben machen wir Tomaten ein bisschen was zu essen haben das heißt nicht ich kann auch Tomaten-Zeit essen schlimm ok noch eine Tomate hier drüben wenn man auch das machen möchte nimmt es halt nur einen Block das kann aber jetzt nicht sein schlimm ok hier geht es nach unten was haben wir hier das ist aha ok wir gehen das erstmal in der Hinsicht ausleeren hier haben wir Iron ich denke mal kann ich nicht mit der 4GX abbauen ne ok dann machen wir es mal hier ein bisschen Ordnung oben nom 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 gut haben wir Holz? haben wir Holz noch machen wir uns erstmal ein paar Drohnen Weizen Weizen kann weg da Tee lief ok äh wir brauchen erstmal ein paar Drohnen so da kann man das nämlich erstmal hier ein bisschen reintun sup ah das wird gleich vor der Nacht na ach kann man nicht alles mit immer rein klicken verdammt schade so hm Mh Wofür kann man die gebrauchen? Zombie Fragment used Zombie Kopf und Rotten Flash nicht gut zu gebrauchen und mal schlafen gehen hier Ok Wir haben einmal Flint weggetan Da können wir uns ein bisschen Holz holen, ein bisschen auf unser Hausbauprojekt Flint, Dankeschön Wir können auch separat erstmal nach Flint gucken Ob es hier irgendwo was gibt Hier haben wir ein bisschen Also hier auch zumindest Gravel, was wir dann in Flint umwandeln können Und hier haben wir Clay Auch wunderbar Eine Luftblase, huh Oh Ok, da können wir doch bald eine Smaltry anfangen Vielleicht Wir können aber uns erstmal schnell ins Haus bauen Ok, ja So So Da machen wir es mal ein bisschen Flint Schön hat es noch eins gemacht Ok, dann gehen wir es mal ein bisschen Holz farmen Bevorzugt Oakwood Ok Ok Hier ist das Ja Das ist ja so Gucken, dass es Mikro-Uran ist Nicht, dass ich jetzt hier über das Inlos labere Äh Erschrecken Oh, ein Herz Ein Herz Ein Herz Ein Herz Mal gucken Man die Jax Gilt her will Führt Und gucken Rein technisch gesehen bald Da müssen wir noch ein paar Bäume fällen Damit läuft das Aus Na, das dauert doch ein gutes Stück in Popper Aber was noch dauern Oh, hey Und vielleicht können wir dann endlich den Ball of Must drauf machen Und dann müssen wir halt noch unsere Pigaxe leveln So, nochmal gucken Ah, 94 Rubberwood Ok, das könnte dauern Das könnte jetzt wirklich dauern Das könnte jetzt wirklich dauern Nehmen wir noch den mit Ja, wir brauchen erstmal ein bisschen Bauholz Das ist die Sache So, jetzt ist es Ah, komm, was läuft's an? Ach, müssen wir die ganzen Bäume hier noch mitnehmen? Verdammt! Hm, nutzt nichts Müssen wir durch Wurz Noch ein Herz So, Rubberwood Da ist unsere Höhle Da ist unsere Höhle Hm, wir könnten nochmal wieder was essen Ich hab grad schon gesehen Ob erst mal die zwei Bäume noch fällen Zwei Bäume müssen sind Ja Ich hab's schaust Da kann man da mal ein Haus bauen Und wird's Zwei Bäume